Star gegen die Mächte des Bösen. Nur im Disney Channel. Odina! Ich langweile mich. Tja, dann geh ich jetzt einfach weiter. Na schön, wir brauchen einen neuen Plan. Oh, ich hab einen. Wir laufen einfach weg. Wir hängen in der Taverne ab und warten, bis die Sache sich von selbst erledigt. Dem schließe ich mich an. Äh, das hört sich echt ziemlich gut an. Ach, kommt schon, Leute. Die Aushilfskönigin hat uns auf eine Mission geschickt. Was? Sie ist nicht mal Königin? Marco, der Plan hat leider nicht funktioniert. Natürlich nicht. Ich dachte, das wäre allen klar gewesen, als er das Ding Feuermulde getauft hat. Ach, kommt schon. Leute, wir führen Marcos Pläne nicht aus, weil sie gut sind. Wir führen sie aus, weil er Marco ist. Er wird sich einen weiteren erbärmlichen Plan einfallen lassen. Und wenn der nicht funktioniert, fällt ihm noch einer ein. Und dann noch einer. Ja. Deswegen ist er unser Anführer. Weil er eben dumm genug ist, nie aufzugeben. Ja, das ist wahr. Ja. Hey, inspirierende Rede und so, aber ich lasse mir meine verflixte Seele nicht aussaugen. Machen wir doch ein Gruppenfoto. Bin dabei. Und was machen wir gegen diese Augen? Äh, wir könnten hier eine Sonnenbrille aufsetzen, dann sieht sie wenigstens cool aus. Echt jetzt? Mann. Im Ernst? Mann, nur Todina darf sich was einfallen lassen. Leute, ich hab einen Plan. Oh. So etwas hab ich noch nie gesehen. Wer ist der Typ mit dem Hotdog-Kopf? Oh, der sieht gruselig aus. Mir gefällt der. Na, hey. Mal sehen, was da oben ist. Diese Welt ist irgendwie bescheuert. Lass uns gehen. Okay. Wohin willst du jetzt? Hey. Was ist das? Keine Ahnung, aber es hat viel zu viele Beine. Was machen wir jetzt? Laufen! Wir haben weniger Beine, aber wir können trotzdem laufen. Wie funktioniert denn dieses Ding, Mann? Da ist ein Verschluss auf der Rückseite. Oh, ach so geht das. Geh jetzt auf deinen Posten. Alles klar, Mann. Hier drüben. Willkommen bei Britta's Tacos. Was möchten sie bestellen? Deine Freunde übernehmen für dich das Kämpfen? Hast du etwa Angst, Todina? Todina fürchtet sich vor niemandem! Kenny! Los! Gib Gas! Marco, es läuft nach Plan! Tom! Nein, 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 nein. Bralle! Zieh ein Pfeil! Ja! Genauso macht man das! Ihr macht alles nur noch schlimmer für euch.